Unser heutiges Thema lautet das BEM und die SBV. Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Dein Podcast für erfolgreiche Arbeit im Betriebsrat. Hier lernst du alles über deine Aufgaben, Rechte und Pflichten, um dir deine tägliche BR-Arbeit zu erleichtern. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Herzlich willkommen, liebe Kollegen, zu unserer heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Niklas Pastille, ich bin Arbeitnehmeranwalt aus Berlin und ich vertrete dort Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretung. Wir haben in der Kanzlei einen Schwerpunkt, das ist das sogenannte betriebliche Eingliederungsmanagement und das Schwerbehindertenarbeitsrecht. Sie wissen vielleicht als Betriebsräte oder als Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen im Betrieb, dass die WRF eine ganze Menge Angebote unterhält zum BEM-Verfahren. Da gibt es für Betriebsräte und SBVen zwei Grundlagenseminare, die hochspannend sind, viele weitere Materialien. Wir wollen die Sache aber im Rahmen dieser Sendung einmal umgekehrt angehen. Wir haben hier viele Zuschriften bekommen von Betriebsräten, aber auch von einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und die hatten allesamt Fragen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, wobei es immer einen Bezug zur SBV-Arbeit gegeben hat. Die WRF hat mich gebeten, diese Fragen einmal zu beantworten. Zugleich ist das ein guter Einstieg in ein doch komplexes Rechtsgebiet. Wenn Sie also noch nie gehört haben vom betrieblichen Eingliederungsmanagement, dann werden Sie in der nächsten Viertelstunde viel lernen können. Fangen wir praktisch bei Null an. Die erste Zuschrift, Sie werden es hier rascheln hören, die lautet, muss mir ein BEM-Verfahren auch dann angeboten werden, wenn ich gar nicht schwerbehindert bin? Klare Antwort? Natürlich. Das BEM und die Schwerbehinderung haben zunächst einmal nichts miteinander zu tun. Schwerbehinderte Menschen erkranken genauso häufig und genauso lang wie nichtbehinderte Menschen. Und das BEM-Verfahren steht im Zusammenhang mit Krankheit, genauer mit Fehlzeiten. Wenn Sie länger als sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt gewesen sind, innerhalb der jeweils letzten 365 Tage, dann muss der Arbeitgeber, das ist eine Rechtspflicht, Ihnen ein solches BEM-Gespräch anbieten, ob Sie schwerbehindert sind oder nicht. Sind Sie aber schwerbehindert oder gleichgestellt behindert, dann und nur dann muss die SBV als gesetzliche Beteiligte des BEM-Verfahrens zu diesem Gespräch ebenfalls eingeladen werden vom Arbeitgeber, es sei denn, Sie wünschen nicht, dass die SBV daran teilnimmt. Die zweite Frage, ebenfalls recht wichtig, wie ich finde, wie ist denn das? Das muss mir ein BEM-Verfahren auch dann angeboten werden, wenn es in meinem Betrieb gar keine SBV gibt. Man könnte vielleicht hinzufügen, auch wenn die Teilnehmerin hiernach nicht gefragt hat, was geschieht eigentlich in betriebsratslosen Betrieben in einer solchen Situation. Auch hier ist die Antwort eindeutig, ob es ein Betriebsrat gibt, ob es eine SBV gibt. Darauf kommt es nicht an, das BEM-Verfahren muss trotzdem durchgeführt werden, dann eben vom Arbeitgeber, allein mit dem betroffenen Arbeitnehmer und unter Zuhilfenahme der externen Akteure, also bei einem Schwerbehinderten, zum Beispiel mit Hilfe des Integrationsamtes. Aber auch ohne SBV muss sozusagen gebämmt werden. Dritte Frage, der Arbeitgeber hat mir kein BEM-Verfahren angeboten, ich bin schwerbehindert, nun droht mir eine Kündigung, ich will mal offen lassen, was das für eine Kündigung ist, ich nehme an, eine krankheitsbedingte Kündigung ist hier aber nicht weiter ausgeführt, ist die Kündigung schon aus dem Grund unwirksam und kann ich sie deswegen mit Erfolg angreifen, weil der Arbeitgeber das BEM-Verfahren unterlassen hat. Sehr schöne Frage, die Antwort ist einigermaßen komplex. Das Bundesarbeitsgericht sagt seit vielen Jahren in einer Rechtsprechung, die zu Recht, wie ich finde, stark kritisiert wird von den Arbeitnehmeranwälten, dass das BEM-Verfahren keine formale Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Kündigung sei. Was heißt das? Einfacher ausgedrückt, hat der Arbeitgeber nicht gebämmt, dann führt das allein noch nicht dazu, dass die Kündigung unwirksam wäre. Allerdings ist das BEM tatsächlich unterlassen worden, dann muss der Arbeitgeber vor dem Arbeitsgericht, und das wird ihm nicht sehr leicht fallen, kann ich Ihnen sagen, nachweisen, dass das BEM-Verfahren, hätte er es durchgeführt, in jedem Falle ohne Erfolg geblieben wäre. Er muss also die objektive Nutzlosigkeit der Durchführung des BEM-Verfahrens nachweisen. Fast nicht denkbar. Und wenn ich schwerbehindert bin, wie in diesem Fall, dann muss ja vor einer Kündigung, das wissen Sie, ohne dies noch das Integrationsamt der Kündigung zugestimmt haben. Da wird, falls es sie gibt, die SBV und der Betriebsrat vorher angehört. Und natürlich kann man auch in diesem sogenannten Antragsverfahren vor dem Integrationsamt vortragen, dass das BEM-Gespräch nicht stattgefunden habe. Auch das wird dann helfen. Noch eine schöne Frage. Im BEM-Verfahren suchen wir ja nach einer Möglichkeit, den typischerweise gefährdeten Arbeitsplatz zu retten. Da sucht man immer nach Maßnahmen. Und hier werde ich jetzt gefragt, kommt denn als eine geeignete BEM-Maßnahme auch die sogenannte stufenweise Wiedereingliederung in Betracht? Es handelt sich hier um den Fall eines Teilnehmers, der krebserkrankt gewesen ist. Und in der Tat, so darf ich antworten, das BEM-Verfahren ist ein ergebnisoffener Suchprozess. Da gibt es also keine Regeln für die Ergebnisse und für den Verlauf dieses Gesprächs, wenn es nicht eine BEM-BV gibt in Ihrem Betrieb. Das müssten Sie überprüfen. Und im Rahmen dieses ereignis und im Rahmen dieses ergebnisoffenen und verlaufsoffenen Gesprächs kann selbstverständlicherweise gerade auch die stufenweise Wiedereingliederung beschlossen werden. Sie wissen vielleicht, dazu brauchen Sie auch eine Bestätigung Ihres behandelnden Arztes. Die Krankenkassen müssen dieser stufenweisen Wiedereingliederung ebenfalls zustimmen und nicht zuletzt der Arbeitgeber. Und dazu wird man ihn in diesem BEM-Gespräch sehr gut bewegen können. Der muss zwar nicht zustimmen, das muss ich der Ehrlichkeit halber hinzufügen. Allerdings, was viele nicht wissen, bin ich schwerbehindert oder gleichgestellt behindert, dann habe ich sehr wohl einen Rechtsanspruch auf Durchführung dieser stufenweisen Wiedereingliederung. Wer das einmal nachlesen will, die stufenweise Wiedereingliederung, das sogenannte Hamburger Modell, ist geregelt in den Paragrafen 74 SGB V und 44 SGB IX. Ist insoweit auch eine interessante Norm. Sie wissen, das SGB IX hat sich, was die Paragrafen-Nummerierung angeht, vollkommen geändert. Deswegen ist es ein bisschen kompliziert derzeit noch, sich darin zu orientieren. Deswegen nenne ich Ihnen die Paragrafen. Eine weitere Frage. Ist es zutreffend, dass bei der Aufklärung über den Sinn und Zweck des BEM-Verfahrens es nicht ausreichend ist, dass der Arbeitgeber den bloßen Gesetzeswortlaut wiederholt? Sehr schöne Frage aus anwaltlicher Sicht. Sie wissen, das BEM-Verfahren war einmal geregelt im Paragrafen 84 Absatz 2 SGB IX. Jetzt steht das in dem neuen Paragrafen 167 Absatz 2 SGB IX. Da ist das BEM-Verfahren geregelt. Und es reicht nicht aus, sagt die Rechtsprechung, dass der Arbeitgeber einfach nur diesen Paragrafen abpinselt. Das ist keine ausreichende Aufklärung, weil offen bleibt für den Betroffenen, was eigentlich Sinn und Zweck dieses Gesprächs ist, welche Maßnahmen in Frage kommen. Ich muss umfassend und zutreffend aufgeklärt werden. Darauf können Sie vielleicht als SBV auch achten, in Ihrem Betrieb. Schauen Sie sich mal an, mit welchem Wortlaut, mit welchem Schreiben der Arbeitgeber einlädt zu den BEM-Gesprächen. Da würde ich als Betriebsrat und als SBV mitreden wollen. Noch eine interessante Frage. Der Teilnehmer hat erfahren, dass es eine neue Rechtsprechung gäbe, schreibt er. Und neuerdings, so heißt es hier, sei es ja nicht mehr möglich, eine Betriebsvereinbarung zum BEM vor der Einigungsstelle zu erzwingen. Schade, denn darum habe sich der Teilnehmer hier gerade bemüht und das seit vielen Wochen in seinem Betrieb. Hier kann ich beruhigen. Ich freue mich über diese Frage. Ich weiß gar nicht, wo dieses Missverständnis eigentlich herkommt. Es gibt in der Tat eine neuere BAG-Entscheidung, die vielen Arbeitnehmeranwälten und vielen Schwerbehinderten-Arbeitsrechtlern nicht geschmeckt hat, zu Recht. Da steht nämlich drin, dass nur sogenannte Rahmenregelungen erzwingbar seien. Da es eben ein ergebnisoffenes Verfahren sei, das BEM, deswegen könnte ich auch nicht Detailregelungen erzwingen als Betriebsrat vor der Einigungsstelle. Das ist leider so. Aber dass eine ganze BEM-BV dort jetzt nicht mehr erzwingbar sei, das wäre mir neu. Im Gegenteil, ich habe gute Erfahrungen gemacht in freien Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Und da ist also Droh- und Druckmittel legitimerweise auch immer bitte auf die Einigungsstelle hinzuweisen. Es können dort weitere BEM-BVen geschlossen werden. Das hat sich durch die Rechtsprechung überhaupt nicht geändert. Wichtig, das zu wissen. Noch eine Frage etwas grundsätzlicherer Natur. Wie ist denn das eigentlich? Muss im BEM-Verfahren die Diagnose offengelegt werden oder Krankheitsursachen? Und kommt es überhaupt auf Art und Ursache der Erkrankungen an? Also ich verstehe die Fragestellerin hier so, dass es bei ihr unterschiedliche Grundleiden gibt, die das Arbeitsverhältnis gefährden. Das ist übrigens auch ein ganz typischer Fall. Und da darf ich sagen, wenn Sie mal in den Paragrafen 167 Absatz 2 SGB IX hineinschauen, irgendwann einmal, dann werden Sie sehen, dass dort nur von Arbeitsunfähigkeit die Rede ist. Um irgendwelche Ursachen dieser Arbeitsunfähigkeit geht es nicht. Deswegen lassen Sie sich bitte im BEM-Gespräch auch nicht abfragen. Das ist kein irgendwie verkapptes Kranken-Rückkehrer-Gespräch, wo man das früher gern gemacht hat. Art und Ursache der Erkrankung gehen den Arbeitgeber erst einmal gar nichts an. Sondern es geht darum zu erfahren, was Sie nicht mehr machen können am Arbeitsplatz, warum auch immer, und was Sie aber immerhin noch zu tun vermögen. Sodass man dann sinnvoll Ihren Arbeitsplatz retten kann. Zum Beispiel durch die Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz, der vielleicht durch eine weitere Umsetzung erst frei wird. Oder indem man Ihnen neue Aufgaben zuweist oder eine neue Arbeitszeit. Da sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Das ist ein kreativer Suchprozess. Aber Art und Ursache der Erkrankung müssen Sie nicht offenlegen. Und es kommt auch nicht darauf an, ob es mehrere Krankheiten sind, die zu den Fehlzeiten geführt haben oder nicht. Es gibt viele Anwälte, die das ein bisschen lockerer sehen als ich. Ich würde den Betroffenen immer raten, am BEM-Gespräch teilzunehmen. Ob ich schwerbehindert bin oder nicht, spielt insoweit gar keine Rolle. Ich würde aber nicht alles erzählen. Sondern mich tatsächlich darauf beschränken, das vorzutragen, was ich immerhin noch tun kann. Ist es ausreichend, so eine weitere Frage, dass die Fehlzeiten insgesamt mehr als sechs Wochen betragen haben? Gegebenenfalls, so verstehe ich das hier, in mehreren Abschnitten. Oder muss es Fehlzeiten en bloc auf einmal gegeben haben? Hier ist das Gesetz und die Rechtsprechung eindeutig. Deswegen kann ich das klar beantworten. Der Arbeitgeber muss sich immer fragen, taggenau, wer war denn hier von meinen Leuten, von meinen Beschäftigten, innerhalb der jeweils letzten 365 Tage, mindestens 43 Tage arbeitsunfähig. Das ist nämlich länger als sechs Wochen. Ja, 43 Tage. Dem muss sich ein BEM-Verfahren anbieten. Und übrigens mir fehlt, bei diesen BEM-Sprechstunden, das ist ja, was wir hier gerade machen, für die SBV, immer die grundsätzliche Frage, soll ich da hingehen, ins BEM-Gespräch? Ich habe es Ihnen schon gesagt, ich würde meinen, ja. Warum? Im BEM-Gespräch, da kommen wir oftmals auf eine Lösung, auch kommen wir dort an Geld von außen oftmals heran. Dieser Zugang wäre uns ansonsten versperrt. Das ist so der eine Grund. Das BEM kann nicht heilen, aber es kann doch helfen. Dieser Möglichkeit sollte ich mich nicht begeben, aber vor allem, um einen Tick juristischer zu werden. Wenn ich das BEM-Gespräch als Schwerbehinderter ablehne, wenn ich da nicht hingehe, ist ja freiwillig, dann ist das zwar kündigungsneutral, wie es in der Literatur heißt, aber das ist ein frommer Wunsch. Nachteile habe ich durch die Ablehnung des BEM-Gesprächs durchaus. Denn bitte, der Arbeitgeber muss ja alles versuchen, um meinen Arbeitsplatz zu retten. Genau das tut er, wenn er mir ein BEM-Gespräch anbietet. Und wenn ich das dann ablehne, dann wird der Arbeitgeber mit einigem Recht im Streitfall sagen können, ich wollte ja deinen Arbeitsplatz retten. Ich wollte ja mit dir sprechen. Es war gar nicht möglich, mit dir nur ein Gespräch zu führen. Du hast ja schon zu meinem BEM-Angebot Nein gesagt. Deswegen ganz wichtig, ich würde jedem BEM-Angebot als Arbeitnehmer stattgeben. Will ich da wirklich mal nicht hin, dann verschleppe ich klugerweise das Verfahren. Ich sage aber immer ja, ich will mit dir BEM-Angebot, lieber Arbeitgeber. Noch eine Frage, die interessant ist. Hierzu gibt es auch neuere Rechtsprechung. Ein schwerbehinderter Teilnehmer fragt mich, gibt es denn irgendwelche Mindestanforderungen? Ich kann jetzt nicht den ganzen Brief hier vorlesen. Der Teilnehmer hat ein BEM-Gespräch geführt. Die SBV war auch mit dabei, wenn auch offenbar nicht sehr engagiert. Ja, also will ich nicht behaupten, aber der Teilnehmer behauptet das hier. Und der Arbeitgeber hat kaum irgendwas gefragt. Das war also eine kurze und freudlose Veranstaltung. Und der Teilnehmer fragt sich, ob das überhaupt den Mindestanforderungen an das BEM-Gespräch gerecht wird. Das ist eine gute Frage. Und ich kann Ihnen sagen, nee. Also wenn das Gespräch so gelaufen ist, dann stehen die Chancen gut, dass der Arbeitgeber seiner BEM-Pflicht eben nicht nachgekommen ist. Denn bitte, das BEM-Gespräch muss immerhin so ausführlich sein, dass keine vernünftigerweise in Betracht kommende Lösung ausgeschlossen wird. Also Suchprozess heißt, wir müssen schon gemeinsam nach einer Lösung suchen. Werde ich nur angeschwiegen, dann ist das kein BEM-Gespräch, sondern dann ist das eine Imitation eines BEM-Gesprächs. Bitte, das würde ich auch immer notieren, den Gesprächsverlauf in einer Art Gedächtnisprotokoll. Ist es auch gut, hier die SBV im Boot zu haben? Und wird dann doch die krankheitsbedingte Kündigung erteilt, dann kann ich immerhin vor dem Arbeitsgericht, nachdem ich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung geklagt habe, behaupten, das BEM-Gespräch sei gar nicht wirklich durchgeführt worden, schon die Mindestanforderungen an dieses Gespräch seien nicht erfüllt worden. Ich darf Ihnen noch mal einige weitere Mindestanforderungen nennen, damit das nicht so abstrakt bleibt. Der Arbeitgeber muss mich einladen, er muss mich aufklären über Sinn und Zweck dieses Gesprächs. Er muss mir sagen, dass dieses Gespräch freiwillig ist. Ich muss noch mal gesondert unterschreiben, dass die Daten, die ich nenne, die sind ja heikel, gesundheitsbezogen, auch tatsächlich aufgenommen werden können. Und dann beginnt das Gespräch. Dann darf der Arbeitgeber mich fragen, ob die Fehlzeiten möglicherweise zusammenhängen mit dem Arbeitsplatz und ob ich selbst Vorschläge habe. Und immerhin diese Vorschläge, die ich unterbreite, die muss der Arbeitgeber prüfen. Und wenn er sie nicht umsetzen will, dann muss er sie schon begründet ablehnen. Jetzt gibt es da natürlich einen großen Streit, wie Sie sich denken können, was eine begründete Ablehnung ist und wie lang so ein Gespräch dauern muss. Aber einen Prüfvorgang, den muss es nachweisbar schon gegeben haben. Und es geht ja hier um die SBV und um die Schwerbehinderten. Deswegen darf ich im Rahmen dieser Mindestanforderungen noch erwähnen, dass auch die externen Akteure, also hier das Integrationsamt, übrigens bei Nichtbehinderten, die gemeinsamen örtlichen Servicestellen hinzugezogen werden müssen. Es gibt nicht nur interne, betriebsinterne Akteure dieses BEM-Gesprächs, sondern eben auch externe. Die sind auch erwähnt in diesem Paragrafen 167 Absatz 2 SGB IX. Sie sind aber kaum jemals beteiligt im BEM-Verfahren. Und fehlen die, dann werde ich mit einigem Recht sagen können, dass ebenfalls die Mindestanforderungen nicht erfüllt seien. Eine letzte Mindestanforderung, das Gespräch muss sachlich verlaufen, in sachlicher Atmosphäre. Also wir müssen uns da nicht lieben oder so, der Arbeitgeber muss nicht zu meinem besten Freund werden. Aber dass ich niederkartetscht werde, dass ich da kaum zu Wort komme, dass ich immer nur erfahre, was alles nicht geht aus Arbeitgebersicht, das entspricht diesen Mindestanforderungen nicht. Es muss ein faires und ein sachorientiertes Gespräch sein, unter Einbeziehung von internem Sachverstand und unter Einbeziehung dieser externen Akteure. Weitere interessante Frage eines Schwerbehinderten, er sei betriebsärztlich begutachtet worden, schreibt er. Und der Arbeitgeber behauptet nun, das habe ich übrigens ähnlich auch schon einmal erlebt in meiner eigenen Praxis, dass diese betriebsärztliche Begutachtung doch wahrscheinlich über die Pflichten des BEM-Gesprächs noch hinaus ginge. Also auf gut Deutsch, du bist schon einmal betriebsärztlich begutachtet worden. Das Ergebnis war übrigens nicht so toll. Und jetzt muss ich nicht noch mit dir bämmen. Denn du hast ja schon unseren Betriebsarzt gesehen. Ja, mit dem Betriebsarzt ist das immer so eine Sache im BEM-Verfahren. Trotzdem klare Antwort. Der Betriebsarzt kann zwar hinzugezogen werden, so steht es im Gesetz, wenn das erforderlich erscheint. Ob das erforderlich erscheint oder nicht, das wird zunächst mal der Arbeitgeber beurteilen dürfen. Aber eins ist mir wichtig. Die betriebsärztliche Begutachtung und das BEM-Gespräch. Das sind juristisch zwei Paar Schuh. Eigentlich hat das gar nichts miteinander zu tun. Sodass es nie ausreicht, ein Gespräch mit dem Betriebsarzt geführt zu haben. Das ist noch nicht das BEM-Verfahren. Das BEM-Verfahren ist ja kein vorrangig medizinisches Verfahren, sondern es geht eben um einen Suchprozess aller betrieblichen und außerbetrieblichen Akteure. Und da spielt diese betriebsärztliche Begutachtung wenn überhaupt nur eine untergeordnete Rolle. Also das würde nicht ausreichen. Der Arbeitgeber hätte in diesem Fall seine BEM-Pflicht noch nicht erfüllt. Eine letzte interessante Frage. Eine Teilnehmerin fragt, ich würde so viel reden von den Vorteilen des BEM-Verfahrens für Schwerbehinderte. Zum Beispiel, dass der Arbeitgeber hier, wenn er das BEM-Verfahren durchführt, zu einer Lösung gelangen kann mit mir gemeinsam. Dass es dafür auch externe Mittel gibt. Oder ein Vorteil sei doch auch, dass bei unterlassenem oder eben rechtsfehlerhaft durchgeführten BEM diese objektive Nutzlosigkeit des BEM-Verfahrens kaum nachweisbar ist. Sodass der Arbeitgeber es schwer haben wird, ohne BEM zu kündigen. Das sähe sie ja ein, dass das alles Vorteile seien. Aber ich würde nie reden, da muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, über die Nachteile des BEM-Verfahrens. Also erstens, man müsse sich da gleichsam nackig machen, ja doch etwas über sich erzählen. Sei ja gut und schön, dass man dazu nicht verpflichtet sei. Dass man das auch abbrechen kann, sanktionslos, dieses Verfahren. Aber das sei ja nicht sinnvoll. Es sei ja doch meistens sinnvoll, ein bisschen etwas von sich zu erzählen. Da stimme ich übrigens zu. So ist das schon. Aber gäbe es nicht auch ganz andere Nachteile? Hat der Arbeitgeber nämlich das BEM-Verfahren einmal rechtsfehlerfrei durchgeführt? Dann wird er sich doch im Streitfall auch eben auf diesen Umstand berufen dürfen. Er wird sagen dürfen, lieber Herr Arbeitsrichter, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich habe doch gebämmt. Ich habe diese BEM-Pflicht und ich bin ihr nachgekommen. Und trotzdem bleibt es bei den Fehlzeiten in erheblicher Höhe. Und jetzt will ich nicht mehr. Sie wissen ja vielleicht, das BEM-Gespräch muss auch wiederholt werden, wenn es wieder zu Fehlzeiten kommt, die die sechs Wochenfrist übersteigen. Wenn es aber zu diesen Fehlzeiten kommt, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass möglicherweise eine negative Prognose vorliegt. Also um es kurz zu machen, wenn der Arbeitgeber, da hat die Teilnehmerin schon recht, das BEM-Verfahren erstens durchgeführt hat, nachweisbar, und zweitens auch rechtsfehlerfrei, und drittens der Arbeitnehmer krank bleibt, lange Zeit, dann in der Tat hilft das dem Arbeitgeber, wenn er im Anschluss eine krankheitsbedingte Kündigung durchsetzen will. Aber, und dafür bitte ich um Verständnis, das ist nicht wirklich ein Argument gegen die Teilnahme eines Schwerbehinderten am BEM-Verfahren. Warum nicht? Na, wenn ich das Verfahren ablehne, dann steht die negative Prognose ja sozusagen schon fest. Also es kann sein, dass alles scheitert, auch das BEM-Verfahren. Und dass es am Ende dann doch zur Kündigung kommt. Ja, so ist das. Vor einer Kündigung sind Sie nie geschützt. Auch das BEM-Verfahren will ja im Grunde nur voreilige und unnötige krankheitsbedingte Kündigungen erschweren. Aber wenn Sie auf das BEM-Verfahren verzichten, dann ist die Kündigungsgefahr erheblich höher. Deswegen mein anwaltlicher Rat, bitte, liebe Arbeitnehmer, bitte, liebe Schwerbehinderten, bämmen Sie weiter. Ich glaube, das hilft Ihnen. Keine Alternative jedenfalls gibt es, meine ich, um das BEM-Gespräch herumzukommen und dennoch an die Vorteile, die das BEM-Gespräch immerhin bietet, heranzukommen. Das heißt, das Verfahren bleibt freiwillig. Ich würde aber dringend raten, diese Chance zu nutzen. Ja, mir hat das Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie haben die eine oder andere Information mitnehmen können. Wenn Sie sagen, na, das kann ja nur ein Einstieg gewesen sein, ich will mich da richtig schlau machen, dann schauen Sie mal in das WRF-Fortbildungsprogramm hinein. Gerne auch auf unsere Website betriebsrat.com. Da können Sie auch Fragen loswerden. Und ich freue mich auf unsere nächste Sprechstunde. Hören Sie also nicht auf, uns Fragen zu stellen. Wir werden sie in einer weiteren Podcast-Folge hier dann sicher im Anschluss beantworten. Mein Name Niklas Pastie. Machen Sie es gut. Bis bald. Lieber Hörer, wir hoffen, es hat dir heute Spaß gemacht und es war etwas Interessantes für dich dabei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast. Dein Feedback ist uns sehr wichtig und hilft uns, noch bessere Inhalte für dich und diesen Podcast zu produzieren. Den Link für die Bewertung findest du in der Beschreibung. Wir wünschen dir einen erfolgreichen Tag und bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020